Musik 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 Was Zum Fick? Was zur Hölle ist falsch mit dir? Was? Ich dachte du kannst fliegen! Wieso zum Fick denkst du das? Na, weil du ein Rentier bist! Nein, du verdammter Bastard! Aua, deine Worte verletzen mich jetzt schon ganz schön! Dir geht es schlecht? Sieh dir doch mal meine verdreckten Beine an! Du übertreibst ein wenig! Was? Oh, hey, schaut mich an! Ich bin ein Rentier und meine Beine sind verdreht und ich bin besser als alle anderen um mich herum! Was zur Hölle redest du da? Scheißegal! Ähm, warte hier und ich verspreche, ich mache es schnell! Oh Gott, es tut so verdammt nochmal scheiße weh! Es tut so weh! Oh Gott! Ah, fuck! Du bist es! Du bist es wirklich! Yep! Ich bin's wirklich! Äh, solltest du nicht schlafen? Was machst du hier? Ich habe meine Mutter gebeten mir beim Keksebacken zu helfen und habe die ganze Nacht gewartet sie dir zu geben! Warte genau da, ich hole sie! Wow! Du denkst also ich mag verfickte Kekse, hm? Was? Du magst keine Kekse? Was wäre, wenn ich laktoseintolerant wäre, hm? Ah, fuck, du hast recht! Oder vielleicht bin ich auf Diät, hm? Vielleicht versuche ich mein Zuckerlevel runterzuschrauben, nachdem mir jeder verschissene Kekse andrehen will! Sorry Santa, das wusste ich nicht! Ah, es wäre schön, wenn du das nächste Mal ein bisschen nachdenken würdest! Okay? Das solltest du wirklich versuchen! Und weißt du was? Das war's jetzt! Ich werde dir kein Geschenk geben! Wieso, Santa? Und ich werde dein Weihnachtsgeschenk für nächstes Jahr auch noch streichen! Tut mir leid! Tu das nicht! Nein, zu spät! Du hast verschissen! Ich erzähle deinen Eltern, dass du den Weihnachtsmann nicht respektierst! Bitte nicht! Mein Vater würde mich widerschlagen! Zu spät! Sag uns, dass das nicht wahr ist, mein Sohn! Schäm dich so respektlos gegenüber Santa Claus zu sein! Ah, er hat mich beleidigt mit seinen verschissenen Keksen! Das kann nicht! Er lügt! Ich bin ein kleines, unschuldiges Mädchen! Ich habe keinen Sohn mehr! Vielleicht solltest du zweimal nachdenken, bevor du mir Kekse servierst! Sie wurden mit Liebe gebacken! Ah, das war ein Prank! Hier hast du dein verschissenes Geschenk! Warte, was?! Wir haben dich nur verarscht, du mal Junge! Du bist so ein dummer Scheißer! Also, das bedeutet, ich kann mein Geschenk öffnen? Überrasch dich selbst, Kleiner! Ah, stimmt! Hab vergessen, dass das passieren kann! Gut, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, Portugal! Mochtet ihr das Video? Ich denke schon! Schön, wieso drückt ihr... Drückt schnell auf Abonnieren! Red nicht dazwischen! Wie ich schon sagte, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Egal, drückt jetzt auf Abonnieren! Sorry! Wenn ihr... Abonniert ganz schnell! Okay, es reicht! Mach die Abmoderation selbst! Ich bin weg! Okay, schaut das nächste Video! Hm? Hm? Bis zum nächsten Mal.